Okay, wir wollen weiter bauen, aber dafür muss ich raus. Dann würde ich nämlich hier hinten so einen kleinen Garten, also hier hinten so anlegen. So, Tato. Da ist noch grad Grün, Melone. Davon haben wir jetzt noch zwei Geschütztürme. Also erstmal da einen. Und da oben einen. Mehr kann ich grad nicht herstellen. So. Warte mal. Kann ich dich? So kann ich dich. Wunderbar. So. Mal erstmal so. Kabel von da. Ach. Kabel von da. Dann daher. Dann kann ich dich hier bestimmt noch ein bisschen verschieben, oder? Zwar. Nicht bis davor, oder? Daher. Perfekt. Das Kabel legen. Darüber. Jetzt haben wir natürlich exakt das gleiche Haus wie gerade eben wieder. Nur in schlechter. Weil ich kein Holz mehr hab. so. 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 Nur in deut... Nein. Nur in deutlich schlechter, weil ich kein Holz mehr hab. Was natürlich wunderbar ist. So. Jetzt müsste N einmal alles schön leuchten. Ja. Wir haben ringsrum Strom. Strom. So. Wir haben gelagert nichts mehr. Aber das könnte ich, würde ich gerne verwerten. Weil wir es nicht mehr brauchen. Okay. Aber... Warte mal. Jetzt gehen wir mal auf. Herstellung. Und hier fehlt... Zahnrad. Zahnrad! 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 Jetzt fehlen Zahnräder! Ist ja noch schlimmer. Wenn ich hier jetzt im Transfer meinen Schrott reintue. Denk ich, ist das sicher. Und ich denke, ich kann weiterbauen. Genau. Hier ist das auf jeden Fall sicher. Okay. Wir brauchen Zahnräder. Wir brauchen ein bisschen wieder was. Leider. Habe ich es verkackt. Tut mir leid. Okay. Ich glaube, ich gehe jetzt mal pennen. Ausruhen. Passiert da was? Ausruhen. Bin ich im Bett aus? Wird langsam geheilt. Ich lange genug aus. Und mein Bruder ist... Aber Achtung, Matratzen auf dem Boden können Krankheiten übertragen. Okay. Okay. Können wir irgendwas kochen? Einen Mutterbeernsaft. Köterkeulen. Leuchtendes Steak. Marusrattenhappen. Sonst nichts. Okay. Okay. Wir haben eine schlechtere Basis als gerade eben. Das ist natürlich wunderbar. Dann gucken wir mal auf die Map, wo wir jetzt ein bisschen hinlaufen. Letzter Tod. Ach, guck mal, die sind zu zweit. Ich würde gerne hier Lager der Aufseherin. Schnell reise. Ja. Drei Kronkorken mal. Ich denke nicht, dass da was respawnt ist. Aber wir können ja trotzdem mal gucken. Naja, doch. Okay. Der hat... Wir haben wieder keinen Kleber. War das jetzt seine Kiste da? Hallo? Okay. Hat eigentlich so alles noch relativ gute Haltbarkeit. Und ist gerade wieder das passiert, was ich gerade gedacht habe? Dass ich sein Zeug mitgenommen habe, das da an der Kiste war? Nee, warte. Nein, 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 nein. Aber ich habe da ewig viel Zeug aus der Kiste mitgenommen. Verräter! Jim! Ich habe es tausendmal gesagt. Jeder, der es hat, darf mitspielen. Komm rein! Komm mit rein! Du musst eh weiter sein als ich. So. Jetzt müsste ich natürlich zu meinem Camp wieder. Äh, warte mal. Jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Wo bin ich? Ich habe nicht wieder Zeug gekriegt. Äh, ich bin da unten. Ach, dann muss ich nur den Weg entlang laufen. Okay. Ja, ich gehe jetzt wieder zu meinem Camp hoch. Ich habe wieder Zeug gekriegt. Ich bin eh wieder überladen. Und da oben ist mein Camp. unterwegs nehmen wir Holz mit, wenn ich Holz... Nee, du bist kein Holz. Du bist Holz. Du hast ja schon eine Beta gespielt. Ich nicht. Ich gucke es mir heute erst an. Aber wenn du willst... Jim, die Einladung ist da. Ab durchs Wasser. Krieg noch ein bisschen red. Oh Gott. Wir sind wieder zu schwer. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige Berg. Lauf ich auf den richtigen Berg zu? Ich laufe auf den richtigen Berg zu. Wir sind überladen. Wir können keine Schnellreise machen. Deswegen. Ich muss nur einen Weg darauf finden jetzt. Frosch. Irgendwo war da noch einer. Frosch? Cool. Gut. Mit der Mutterbären. Ah, da ist auch was. Guck mal, so nah am Camp. Und ich habe das nicht mal gewusst. Ja, okay. Ich habe ja noch nicht hier rumgeguckt. Hier ist anscheinend was gefeiert worden. Komm. So schwer sind wir nicht. Wir kommen passend. Komm darauf. Sag ihn doch. Holz. Holz nehme ich mit. Holz brauche ich. Ach, da... Ja, nochmal. Kaffee-Tasse. Was? Soll ich dich nicht hinsetzen? Genau. Spiel ein bisschen Musik. Genug. Genug gespielt. Aggressive Mülltonnen. Kann man die Fingernägel schneiden? Ach so. Ach so. Ja, das hat ausgeschlagen wie so eine, äh... Ich glaube, der Mülleimer ist weg. Aber das ist nicht das, wo ich hin will. Wir wollen eigentlich da rauf. Unser Zeug noch mal loswerden. Vielleicht können wir sogar jetzt unsere Sachen bauen. Wieder. Ich hab's ja verkackt. Vielleicht können wir's wieder bauen. Da oben ist unser Camp. Oh Gott. Eieiei. Ich glaube, das wird öfter passieren, dass wir überladen sind. Aber dann reiß ich nochmal da runter. Diesmal nehme ich nichts mit. Ich versuch's. Versprochen. Ich gebe mein Bestes. Aber rein theoretisch kann man dann wirklich irgendwo sein Camp daneben aufschlagen. Und dann... Immer alles looten. Und mitnehmen. Und dann wieder... Und dann wieder... Und wieder... Das wiederholen. Das ist ja auch irgendwie doof. Also Champ, wenn du mit willst... Ich spiele. So. So. Unser Camp. Oh Gott. Okay. Warum muss ich die nicht mit Benzin nachkippen oder sowas? So. Äh. Bauen. Zahnräder. Wir haben immer noch keine... Wir haben immer noch keine Zahnräder. Oh Mann. Wir haben jetzt da vielleicht ein bisschen was gefunden. Okay. Aber dann... Äh. Schrott. 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 Warte mal. Warum sagt mir denn keiner, dass ich dumm bin? Das ist mein Zeug ist, was ich da rausnehme. Und ich habe mich voll gefreut. Und ich habe mich voll gefreut. Da will ich nicht hin. Kann ich solche... Ich muss die Blaupausen auch... Blaupausen auch... Ich muss das auch erst erlernen. Okay. Okay. Wir lernen gerade. Ich habe mir gedacht, wenn du sie hast, hast du sie. Okay. Es fehlen aber auf jeden Fall noch Zahnräder. Ich schaue mal dahinter. Vielleicht sind da wieder solche Roboter. Gerade mal. Vielleicht kann ich da mal... Zahnräder abknöpfen. Das wäre ganz cool. Dann gehe ich aber auf die. Dass wir wenigstens wieder auf dem Stand sind, wo wir gerade eben waren, bevor ich Kacke gebaut habe. Und ich habe mich da unten voll gefreut. Wieder die Kiste, was da alles drin ist. Falschatzkarte, okay. Okay. Ich habe auch keine Zahnräder, gell? Bleischrott, okay. Das ist... Wie schnell das... Aber wenn sie es mal ehrlich, wenn sie es so siehst, wie schnell das respawnt alles. Ist krass. Da sind jetzt keine Verteidigungsdinger diesmal dran? Jetzt sind sie da, oder was? Das Ding ist immer noch stark. Ah, nicht getroffen. Ich bin doch nur Zahnräder. Mehr will ich gerade gar nicht. Dann kann ich das wenigstens wieder wirklich auf den Stand bringen, wo ich... Bevor ich Kacke gebaut habe. Macht ihr das auch? In Fallout 4? Ist die Waffe zu schwach? Nein. Die explodieren nicht. Irgendwo Zahnräder. Ich brauche Zahnräder! Zahnräder! Mann! Okay, keine Zahnräder. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt auf die Karte und erkunden einfach mal weiter. Wir wollten dazu... Wir gehen jetzt hier zum Lager der Aufseherin. Ja. Und gucken da ein bisschen weiter rum. Bevor wir zu schwer sind, porten wir uns dann zu unserem Keim zurück. Wir haben hier noch Slowcoms Joe. Wo ist denn hier? Hallo? Hallo? Oh, da ist ein Abwurf. Der nehme ich mit. Der hat uns auch die... Die, äh... Die jetzige Waffe gerade beschert. Was ist das? Ich hoffe, du kannst auch noch looten. Dass ich sie nicht jetzt weggenommen habe. Schaut so aus. Ich habe auch eine Powerostung. Wobei, ich will jetzt erstmal wenigstens ein bisschen meins... Ich glaube, da hätte ich einfach nur warten müssen. Was ist das? Slowcoms? Da hat sich einer eine Base aufgebaut. Mit Pappaufstellern. Okay, das ist wirklich cool. Geht's denn hier rein? Wir gucken. Okay, das ist wirklich cool. Also einmal tue ich meine Gegenstände verwerten. Auch die Wurfmesser hier. Und den G-Stock. Waffen-Wagen. Und hier könnte ich ja... Herstellen. Die Munition. Die ich gerade wieder nicht weiß, welche, oder? 308er war das, gell? 308er. Weil die ist echt... Echt relativ stark. Ja, das ist mein Zeug, ja. Toll. Ey, der hat sich so richtig schön aufgebaut. Guck mal her. Das ist ein richtig schönes Haus hier. Und hier ist es auch echt schön, wenn du es so siehst. Okay, das ist wirklich schön. Geht's hier nochmal weiter rauf? Ja, hier hinten. Das ist echt cool. Das ist bestimmt von dem 34er da. Last look on shows. Ey, das Haus ist wirklich cool. Das ist wirklich cool. Gefällt mir. Das gefällt mir echt. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wie es wieder runter geht. Ach, hier. Dagegen ist ja mein Haus oben. Naja. Da will ich jetzt mal hin. Da wollen wir hin. Zu Slocum's shows. Siedler, Siedler. Ich hoffe, ich habe jetzt auch die richtige Munition hergestellt. Da will ich mal hin. Slocum's shows. Wo ist denn der Eingang? Da nicht. Gibt's überhaupt einen Eingang? Schaut irgendwie nicht so wirklich danach aus. Ah, hier hinten. Okay. Große Schrauben. Bastelwerkstatt. Die Notiz interessiert uns nicht. Ach, wir sind gleich da. Komm, wir verwerten nochmal. Gesamt den Schrott. Ein bisschen leichter immer. Baseball. Impro-Revolver. Wasser brauchen wir gerade nicht. Dann müssen wir was essen. Oh ja, wir müssen was essen. Äh, gegrillter Reddish. Und hier oben nochmal aufbereitetes Wasser. Einmal erstmal noch. Okay, dann waren wir hier schon. Warte mal. Jetzt müssen wir mal kurz auf die Karte. Jetzt sind wir hier. Da drüben waren wir schon. Wo sind denn der 35er hin? Der ist da mit dabei, oder? Es hat so ausgeschaut, als ob die zusammen können. Event der Boote. Direkt bei meiner Base. Wir müssen mal zu dem nächsten Tagebucheintrag vielleicht. Hier ist aber gleich eine Höhle. Wie es ausschaut. Hier. Ah ja, ein Bergwerk. Da gehen wir auch gleich mal hin. Guck ich aber erstmal da hin. Ne, das ist nur so ein LKW. Das ist auch eine Base. Was? Super Mutant. Ja, spielen wir, kleiner Mensch. Oh, der hat er getroffen. Mich wundert es, dass ich so nah an dem hier nicht von der... Kronkorken, Patronen, Schießpulver. Kronkorken, Patronen, Schießpulver. Jagdgewehr nehme ich im Moment nicht mit. Wo ist denn der andere? Hier. Kronkorken, Schießpulver. Dass sie da nicht drauf geschossen haben. Die Geschütztürme. Das wundert mich gerade. Aber naja. Gucken wir uns mal hier um. Nicht getroffen. Tot. Ah, hier die Gleise entlang wäre die eine Miss... Das wäre mein Missionsziel, wo ich hin müsste. Oder hin soll. Treffe ich dich? Treffe ich dich. Was interessiert dich nicht? Kann ich... Geräte, ja. Habe ich eine Granate? Habe ich. Habe ich. Komm, zeig dich. Hey, da hätte ich durchschießen müssen. Oh, da ist sie jetzt. Bist du denn hin? Wo bist du denn hin? Versteck dich nicht. Wo ist denn hier die Treppe? Hier laufe ich mal lieber mit der Pumpgun rum. Okay, hier geht's wo rein? Struppadrone. Traumzieher und Zeug. Ich denke zumindest hier geht's wo rein. Ist keiner mehr? Hier ist... Hier noch was? Also hier geht's noch ein bisschen rauf. Ach, guck mal. Ich kann gleich mal wieder meinen Schrot zerlegen. Habe ich alles mitgenommen? Ne. Was vielleicht doch noch nicht schlecht ist, wenn ich gleich wieder... Zack mach. So, wir gehen weiter rauf und gucken dann nochmal rum. Ja, was ist da? Cram, okay. Hier oben. Müsst du aus an die Leiche. Sonst komme ich hier nicht mal weg, ha? Habe es mal gedacht. Komm ich da nicht mal rauf, ha? Ey, ich habe es mir gedacht. Wie komme ich denn jetzt runter? So komme ich runter. Ja, runter geht's schnell. Oh, guck mal. Alles mit. Hier ist nichts mehr. Gehen wir nochmal rauf. Äh... Ne, wir gehen mal nicht mehr rauf. Wir gucken hier rum. Ist da noch was? Ja, ein Bauplan sogar. Schließpulverzeug. Das ist jetzt ein Eingang, oder? Bergwerk am Gaulei. Okay, das war mir klar. Das ist hier, wo rein geht. Gehen wir rein? Ja, wir gehen rein, oder? Sorry. Das ist jetzt hier.